Schönen guten Tag meine Soldaten und willkommen zum nächsten Leather Game. Wir sind heute mit dem Imperium wieder mal am Start gegen die Dunkelhelfen und wir haben zwei Mörser und eine Kanone dabei. Wir haben eine Einheit Mosketenschützen dabei und zwei Einheiten Freisteller Miliz. Da hoffe ich mal, dass die Miliz uns hier so ein bisschen die Drachenatem abfängt, hoffentlich. Mal sehen oder allgemein so ein bisschen das Fernkampffeuer frisst. So dass unsere elitäreren Musketen hier noch ein bisschen länger aushalten können. Dann haben wir noch eine Einheit Speere dabei, einfach nur um sie in den Gegner reinzuschicken. Also die hier vorne mit Schilden und dann noch zwei ohne Schilden. Um den Rücken zu verteidigen. Außerdem haben wir noch eine Einheit Demi-Greifen für unseren Schutz des Rückens. Wir haben eine Einheit Reichsgarde. Reichsgarde ist eigentlich eine schöne Kavallerie. Ich mag die Reichsgarde eigentlich ziemlich gern. Die ist eigentlich sehr kosteneffektiv, habe ich immer das Gefühl. Ich sitze hier aber wieder nicht versteckt. Das kotzt immer voll an. Okay. Gut. Und wir haben noch den Lichtmager, der chillt auch mal hier so. Dann. Seid ihr mal Gruppe 4. Ihr seid Gruppe. Keine Ahnung. Gruppe 5. Gruppe 6. Er ist Gruppe 7. Und die Jungs hier sind Gruppe 8. Gruppe 8. Wollen wir mal sehen. Ja, mit der Artillerie, ähm, wie gesagt, halt, ähm, hochlevelige Ziele vernichten. Wir können den Mercer jetzt hier schon mal gut schießen auf die... Wo sind seine Henker? Okay, er hat eine... Er hat Atelier dabei. Cool. Interessant. Ja, wir können ja theoretisch auch mal auf die Atelier schießen. Ne, aber mit den Mercer schießen wir, glaube ich, lieber auf die... ...Düsterschwerter. Und wir haben hier eine Deathhack. Eine Todeshexe. Er kämpft jetzt hier schon mit seinen düsterschwerten... ...ähm, mit seinen Fernkämpfern gegen unsere... ...ähm, unseren General. Lustig finde ich auch. Haut ab. Ja. Ach so, dass die... ...die Kanone von ihm als in seiner Balliste hat schon ganz gut Schaden an unserem... ...ähm... ...an unserer Kanone gemacht. Finde ich krass. Wir bleiben hier im Wald bisschen mit der Kavallerie. Er kommt hier mit den Echsenleitern raus. Wir gehen hier ein Stück weg. Weg, 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 weg. Vielleicht können wir hier ein gutes Netz casten. Ja man, das passt sehr schön. Da wird jetzt seine Echsenleiter verlieren. Und zwar... ...in einer... ...ziemlich heftigen... Hä? Was macht der jetzt da? Warum kommt der hier jetzt in meine... ...Kernkämpfer rein? Ja, aber wir feuern weiter. Wir feuern weiter auf die Infanterie. Und die Kanone muss jetzt unbedingt mal das Feuer auf die hier öffnen. Hier kommen jetzt unsere Demi-Greifen rein. Ähm, die Sperre kommen hier mit dazu. Zur Todeshexe. Unsere Fernkämpf... ...undere Nahkampf... ...ähm, Infanterie geht hier rein. Wir müssen unbedingt die Todeshexe jetzt vernichten. Das ist eine wichtige Sache. Okay, aber das können wir eigentlich theoretisch mit unserer Cavalier auch mal machen. Und schau, er macht jetzt hier... ...er verwendet hier jetzt sehr viele Ressourcen dafür, unsere Freistelle hier zu töten. Finde ich sehr schön. Ähm, unsere Cavalier kann die aufhalten, seine Todeshexe. Ähm, er setzt hier echt seine Magie ziemlich offensiv, sehr, sehr offensiv ein. Das sind jetzt Korsan, Korsan... ...und nochmals Korsan. Äh, wir können einmal kurz reinchargen. Ne, 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 wir ziehen uns erstmal ein Stückchen zurück. Hier gehen wir jetzt mit unserem General rein. Wir brauchen hier noch mehr, ähm, Infanterie im Frontlinienkampf. Andererseits der General kann jetzt mal hier auf den, auf sein General gehen. Morathi, das passt. Unsere beiden Mercer können hier jetzt wunderbar in diese... ...ähm, in den Block hier reinschießen. Wir müssen hier mal sein, sein, sein Vormarsch aufhalten. Ähm, und wir brauchen die Unterstützung. ...unser Kavalerie. Ähm, wir können gerne auf Morathi gehen, das ist kein Problem. Und wir brauchen hier die Unterstützung unserer Fernkämpfer. Hier können wir jetzt den Charging entwicklen, seine, ähm, Korsan hier mal machen. Er will unbedingt durchbrechen, er will unbedingt durchbrechen. Das merkt man schon. Ähm, schön ist, dass seine Todeshexe jetzt schon ausgeschaltet worden ist. Fast, fast. Ja, hier können wir mal kurz den brechen. Ähm, ne, wisst ihr was? Eigentlich können wir auch seine, seine Fernkämpfer töten. Das ist eigentlich fast besser. Ähm, hier müssen wir jetzt nochmal seine, seine, Gutes aufhalten. Unser General kämpft gegen Morathi ist sehr erfolgreich. Das gefällt mir. Diese Kanone kann weiter auf die Todeshexe schießen. Ähm, der Lichtmagier macht auch sein Ding. Aber ich hab's jetzt mittlerweile schon ein bisschen gelernt. Es ist ganz gut, wenn man so ein paar Einheiten dabei hat. Wie die, ähm, Freischäler, die den, ähm, die die ganze Magie fressen. Und die, weil oftmals merken die Gegner nicht, dass, äh, das Freischäler sind und keine Musketen schützen. Und dann gehen sie gerne mal auf die. Wie, ja, das hat er gut gemacht mit seinen Speeren hier. Aber wir versuchen ihn hier auch zu manövrieren. Und ich will jetzt endlich mal, dass sich die Gottverdante Morathi hier mal stirbt. Hinten brauche ich noch mehr Infanterie. Ähm, unsere Fernkämpfer haben, die wurden jetzt schon so ein bisschen gescattert. Ähm, warum die jetzt da hinten sind, weiß ich auch nicht. Ähm, unser General Morathi ist halt nicht so stark im Markkampf. Das ist das Einzige, ihr einziger Nachteil. Ähm, ich hoffe mal, dass wir es jetzt hier schaffen können. Trotzdem nimmt es eigentlich hier aus. Okay, wir kommen hier schon weg. Und wir gehen jetzt mal hier hin. Und danach dann da rein. Wo ist er denn jetzt? Ah. Okay, wir können mal einen kleinen Charge machen. Hier, das Weiterfeuern. Immer weiterfeuern. Und, ähm, allerdings, was ich jetzt viel bisschen schlecht gemacht habe, war, ähm, dass ich, dass ich hier so, mich so krass flankieren konnte. Das war jetzt ein bisschen hart. Aber ja, gut. Hier, brechen wir mal jetzt mit uns mit Demis nochmal durch. Und ich denke mal, dass die Todeshexe hier nicht mehr lang leben wird. Morathi ist auch gleich im Arsch. Hier sind wir jetzt in den köstlichen, köstlichen Fernkämpfern drin, mit unserer Weichsgarde. Dünne an den, ähm, Demi-Greifen ist halt auch, dass die relativ gut halten. Auch im, im Kampf mit, ähm, Infanterie. Ja, ne, ist vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber die können halt durchaus auch mal, ähm, so ein bisschen in langgezogenen Renakämpfen bleiben und die können ja trotzdem auch chargen. Die können ja trotzdem auch Angriffe starten hier mit ihrem, keine Ahnung, einfach mal hier ein kleines Netz rein, mal schauen. So, dass er uns hier einfach nicht mehr so gut entkommen kann. Unser General kämpft jetzt hier gegen die Speere. Ich will eigentlich Morathi töten, unbedingt. Die Reichsgarde kämpft hier noch mit 23 Mann, das ist okay. Kommen wir allerdings die Speere rein, das ist ein bisschen schlecht. So, und hier brauchen wir jetzt mal ein bisschen die Angst unserer Demi-Greifen. Unser, ähm, Magier kann hier noch ein bisschen moralische Unterstützung liefern. Ah, Mist, hier stehen unsere Fernkämpfer jetzt genau auf so einem Hügel. Genau vor so einem Hügel. Auch hier hinten jetzt die Demi-Greifen. Also die Flanke da drüben, die schaut ganz okay aus, aber wir brauchen hier mal eine Einheit, die ein bisschen was machen kann. Und hier können wir jetzt das Feuer eröffnen, so. Jetzt ist Morathi gestorben. Seine, ja, und die Kavalerie ist jetzt weg, aber dafür sind seine Fernkämpfer auch so ziemlich platt. Die Demi-Greifen können zusammen mit dem Magier mal seinen Magier hier, seine Assassine töten. Und hier die... Komm, ich sehe schon. Los, Feuer. Angriff. Nahkampf jetzt los. Hier kommen wir mit rüber. Und, ähm, Boris kämpft jetzt hier halt gegen Speere. Da wollen wir auf jeden Fall schon mal raus. Können wir mal einen kleinen Charge hier hin machen, dass er einfach schneller da wegkommt. Die Demi-Greifen, ja doch, die können wir weiter hier gegen den Assassinen kämpfen, auch wenn sie das eigentlich nicht unbedingt wollen. Äh, es wird ziemlich schlecht jetzt. Wir brauchen jetzt dringend unsere Schwerter hier wieder. Gottverdammt. Hier, jetzt brauchen wir auch ein bisschen Feuerunterstützung. So. Sehr schön, okay. Boris, raus jetzt hier. Du wirst hier nicht mehr gebraucht. Wir brauchen dich eher hier drüben. Los geht's jetzt. Okay, sammeln. Demi-Greifen, kämpfen weiter. Ich brauche hier unbedingt jetzt Boris. Unbedingt brauche ich jetzt Boris hier. Und die Schwerter. Hier ist jetzt der, hier ist der Kampf, der das Spiel entscheiden wird. Äh, wer den hier gewinnt, der gewinnt das Spiel. Also, Magier flieht jetzt leider, aber wir haben hier halt noch mit dieser Einheit, ähm, Freischäller, die hier noch ziemlich gut beieinander ist. Und wir haben noch die Kanunde, die jetzt allerdings flieht. Aber wir kommen jetzt halt mit Boris hier rein. Und Boris ist schon noch bei sehr guter Gesundheit. Unsere Free Company, die stellt sich mal hier auf den Hügel und hält den Vormarsch. Dieser zog mir ab. Und da erleidet mein Gegner Armee Verluste. War ein schönes Match. Ich habe ein paar Fehler gemacht. Ja, doch, ein paar Fehler. Mein Gegner hat auch sehr gut gespielt, muss man sagen. Er hat gut flankiert, bis auf den einen dicken Blob, den er da, ähm, am Anfang gemacht hat. Aber es war ein sehr knapper Sieg. Und ich bedanke mich meinem Gegner, hat Spaß gemacht. Ähm, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann. Haut rein. Ciao.